Hallihallöchen liebe Leute und mal wieder willkommen zu Let's Play GTA G-Meet Weapons Ja, so, die wollten jetzt erst respawnen, lasse ich gelten, das dürft ihr ausnahmweise mal Und ich glaub wir machen jetzt den Banküberfall, weil ich glaub den können wir endlich machen Oder Banküberfall, Casinoüberfall, wie auch immer, den Überfall, ihr wisst schon was ich meine Äh, Waffenskills sind irgendwie bei dem beiden noch nicht so gut, aber ich mag die beiden Da soll der Waffenskill hoch sein Naja, kann man nichts machen Würde ich sagen, Kito, es geht wohl doch noch nicht los Schade Ja Ah, schade, ich dachte, es geht doch schon los Wink, Lincoln, any security setup The human heart No, gimme, gimme the car Gib mir den Cheetah, bitte Er ist so toll Ich glaub, den stell ich mir jetzt sogar erstmal in der Garage, weil den find ich, den find ich nicht so oft Und ich glaub, den muss ich irgendwann noch abliefern Das heißt, erstmal muss die Mission warten Denk ich Wobei, ich muss jetzt glaub ich eh so ne Frau verfolgen, da kann ich das doch gleich mit Cheetah machen Ist doch gut, ne Ah, schade Ich hatte grad echt Lust, einfach den Überfall zu machen Ich dachte, das könnte schon losgehen Aber anscheinend nicht Wirklich schade Aber ich freu mich auf die Mission Übrigens, die Straße hier ist ein bisschen sehr eng A bit narrow, isn't it Jo Mal schauen, was jetzt passiert Die Kruppier hat eine Keycard und kennt den Code Folge ihr Kruppier? Was geht das? Ja, ja, ich versteh schon, ich muss sie verfolgen Das hab ich ja schon öfters gemacht Eine der langweiligsten Sachen im ganzen Andreas Leute, verfolgen Sirene, was machst du da draußen? Sei ruhig Ich hoffe, ihr hört die Sirene nicht Da draußen scheint irgendwas zu brennen Oder irgendwas ist Ist ganz schön verletzt Beides ist nicht so schön für die jeweiligen Personen Wenn ihr es hört Passiert, ne Alter Was soll denn das sein? Sei froh, dass ich zu tun hab Sonst wird's da nicht mehr Leben wegkommen Ach, na gut Aber jetzt verfolgen wir erstmal durch ganz Las Venturas Was schon irgendwie ein bisschen nervig ist Ich mein, die Missionen sind ja meistens nur dazu dauernd irgendwie, ne Muss lange dauern Also von dem game-technischen Spiel-design-technischen Standpunkt Wenn man das so sieht Die können halt nicht dafür sorgen Dass sie jetzt einfach geradewegs zu ihrem Ziel fährt Weil das wäre langweilig Und Da wüsste man halt eigentlich sofort genau was passiert Deshalb muss man eigentlich noch irgendwas machen Dass sie ein bisschen durch die Stadt fährt Damit die Mission länger dauert Aber Die Mission ist an sich sowieso langweilig Das heißt, man sollte Sollte solche Missionen eigentlich gar nicht einbauen Wenn, dann Verfolgungsjagden Aber das passt gerade halt nicht so gut Am besten wäre es halt gewesen, sowas zu machen wie Hey, die ist an ihrem Haus Guck doch mal, geht die mal besuchen oder so Aber naja Ah, das Auto ist cool Das ist so cool Also der Infernus dahinter ist nichts gegen das kleine Ding Ah, ich find das toll Und vor allem ist das auch gar nicht mal so langsam Und Ne, das ist gar nicht offensichtlich Also wenn ich jetzt Wenn ich jetzt näher ranfahre, merkt die es ja Aber das ist auch gar nicht offensichtlich Dass ich hier 10 Meter Abstand halte Vollkommen normal Die anderen stört das auch nicht Na gut Hier dürfte sie jetzt eigentlich anhalten Ratet mal an welchen der paar Läden Oh, Entschuldigung Wollte dein Tourismo nicht rar, was ist mit ihrem Auto passiert Die ist echt keine gute Fahrerin Sexjob, XXX Videos and Toys Dort halten wir jetzt mal an Näh Naja, das Niveau wird uns schon wiederfinden Keine Angst Das Niveau ist tapfer Hat bei Aliens Form ja auch nicht lange gebraucht Bis sie uns wiedergefunden hat Na gut, hier sind wir Hm Der Kopier ist irgendwo hier drin Suche sie I can do that I can do that Bestsellers Okay Dat Kettensäge Dat Kettensäge So Bitte nein Wow It's nice and tight I'm sure you'll squeeze in just fine Let's have a look Perfect Oh, hi Benny Yes, Master I'm just trying it on You got yours? Cool I'll see you at my house in a short while Ich seh schon Dann müssen wir sie wahrscheinlich mal wieder verfolgen Naughty Nurses Hardcore VHS Besorge dir einen S&M Antug Äh, I can do that I think Äh, hier ist es Okay Äh, das klang grad seltsam So Ich würd sagen Wir sind bereit Ne Oh Gott Verlass den Job und folge der Kopier Okay Was heißt Kopier? Ich bin mir so ziemlich sicher, dass ich es richtig ausspreche Aber Was heißt das? Und zum Glück ist Zum Glück ist mein Cheater noch da Und wir rennen ja einfach mal in diesem Gummianzug Äh, rennen wir einfach mal durch die ganze Stadt, ne Und vorn auch darin Naja Ach, ja Also damals Damals hab ich das ja für so einen Clint Batman Anzug gehalten Da war ich noch klein Ganz klein Äh, du darfst übrigens weiterfahren Äh, seit ihr seid Sein erlaubt Ne, ich bleibe okay, ist sie Und sie fährt, okay Ich dachte schon Äh, komm, mach schneller Die packt das schon noch Ah, und sie hat's geschafft, okay Und jetzt verfolgt er den mit ihr Mit seinem komischen Golfschläger Schön Ich darf ja nicht Hey Las Venturas Police Department Ähm Bin ein ganz normaler Bürger Also Also Ja Ich hab nichts, äh Nichts auffälliges an mir Ich renne nur in einem Nylonanzug durch die Gegend Und stoppe 10 Meter vor dem anderen Auto Äh Hab nichts vor Nö So Und mal wieder Hm Warum kann die nicht einfach durchfahren Oder einfach so einen total schrecklichen Vorziel haben Und durchstand lasst Venturas rasen Ach, naja Chilling Musik Okay Ich hör auf Ach ja Ich kann gar nicht glauben Dass ich jetzt eigentlich schon fast 125 Parts von GTA hab Das ist total viel Kein anderes Let's Play von mir ist bisher zu lang gewesen Ich hab sogar die ersten 10 Parts ja nochmal neu gemacht Und wow Ich mag GTA Na komm, wir machen ein bisschen schneller Warum ist das Auto überhaupt pink? Ich find, das ist jetzt wieder schon so ein bisschen sehr klischeebehaftet Die Farbe pink ist sowieso ein bisschen, ja An sich find ich die Farbe ja ganz cool Aber ich mag's halt nicht, wenn irgendwelche Girlies in komplett pinken Outfits durch die Gegend rennen Am besten mit solchen richtig hellblonden Haaren Äh, pedo Pedo Ja, pedo Wobei, die ist ja nicht mehr so jung Aber der Typ war auch mindestens 60 Jahre alt Okay Pink ist ja sowieso so eine ganz seltsame Farbe Ich mein, die psychologischen Aspekte von Pink sind auch seltsam Pink reizt, Pink macht aggressiv Und, äh, warum mögen das die kleinen Mädchen so? Versteh ich nicht Also ich mein, ein bisschen Pink ist ja wirklich nicht schlimm Was ich auch nicht mag Oh, dat Lake Wolke Dat Wolke macht nix Äh, aber wenn Leute wirklich so extrem Pink verneinen Wenn dann sowas kommt wie Oh ne, das ist Pink Ich hasse Pink über alles Warum? Das ist nur eine Farbe Ich kann verstehen, dass, dass einige, einige kleine Girlies das ganz oft tragen Und er es deswegen nicht mögt Aber Deswegen zu hassen Und alles was damit zu tun Oh mein Gott, ein Zug Okay Bam Bam Okay Okay Ah, schön Okay Das passiert auch nicht Das passiert auch nicht jeden Tag Du darfst weiterfahren Und ein Alpha Ich mein, klar, die Ampel ist ein bisschen rot gewesen Aber, mhm Es nervt einfach, wenn du stehen bleibst Ah, wir sind endlich da Park auf dem Haus der Gruppier Okay Hm Und ein Alpha Ich mag den Alpha Der Alpha ist toll Okay, der Sexsklave wird gleich kommen Warte in der Nähe und sorge dafür, dass er das Haus der Gruppier nicht erreicht I know exactly what you're talking about Oh Ich glaub, da hab ich schon was getroffen Ich wollte eigentlich nur zielen Oh, sexy Sexsklave Die Gut, das wäre erledigt Würde ich sagen Dann können wir endlich weitermachen Der Sexsklave ist ausgeschaltet Geh und betätige die Klingel Na gut, wer's braucht Come on in I'm ready for you You've been a naughty girl Oh, I know I know Spit it out, filthy worm You'll never break me Okay Wie komm ich jetzt an die Keycard? Ja, die beiden haben Spaß Will ich den, will ich den nicht Also, will ich den lassen Gut Ja Ah, ich glaub, wir sind fertig Gleich geht's mit dem Plot weiter Gut Ich hab sogar wieder meine alten Kleider wieder Du hast eine Freundin mehr Du musst sie zum Essen ausführen Bevor sie dir die Keycard gibt Ähm, das Lustige dabei ist ja Muss ich nicht Boah, mehr dazu im nächsten Part Bis dahin Wer determiniert ihn mir ... Er demander Vermide